Ich habe in meinen bisherigen Videos immer mal wieder Beispiele dafür gegeben, wie man bestimmten Nichtspielercharakteren Leben einhauchen kann, indem man eine andere Stimme benutzt. Ich habe genug von euch! Verschwindet hier endlich aus unserer Stadt! Ähm, ja. Weltherrschaft ist so ein unglücklicher Begriff. Wissen Sie, ich bin ein Mann der Wissenschaft. Seht her, was mit Helden passiert, die sich uns entgegenstellen. Warum Stimmen zu imitieren leichter ist, als man meint, klären wir in diesem Video. Und zwar sowohl vor dem Sichtschirm, als auch hinter dem Sichtschirm. Aber warum imitieren wir eigentlich Stimmen oder warum geben wir Charakteren andere Stimmen? Wir wollen, dass unsere Charaktere in Gedächtnis bleiben und dass alle daran Spaß haben, wenn die Gruppe mit ihnen interagiert. Alle Charaktere, also sowohl diejenigen, die von den Leuten am Tisch verkörpert werden, als auch unsere Nichtspielercharaktere, lassen eine Welt erst lebendig wirken. Unterschiedliche Stimmen geben unseren Charakteren also eigentlich erst Charakter. Naja, das klingt ja alles schön und gut, aber wo starten wir denn bei der ganzen Sache? Reden wir kurz einmal über Inspiration und Vorbereitung. Die einfachste Möglichkeit, Stimmen zu imitieren, ist es natürlich, sich an Serien und Filmen zu bedienen. Ich wette, jeder hat irgendwelche Charaktere, die sie oder er besonders gerne mag oder die besonders in Erinnerung geblieben sind. Und ich möchte wetten, dass vieles davon auch mit der Stimme zu tun hat. Das könnt ihr übrigens gerne zum Anlass nehmen, mal in den Kommentaren mir zu sagen, welche Charaktere bzw. Stimmen von Charakteren ihr besonders gelungen findet. Es macht auch gar nichts, wenn ein Charakter wirklich mal ähnlich klingt, wie ein Charakter, den man aus einem anderen Film oder aus einer anderen Serie schon mal gehört hat. Wenn der Charakter überhaupt wiedererkannt wird, denn ihr gebt ja trotzdem nochmal eure eigene Note mit in diese Stimme, dann kann es unter Umständen sogar dazu führen, dass sich eure Gruppe am Tisch darüber freut. Eben weil es einen Wiedererkennungswert hat. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich, dass während wir Nichtspielercharaktere entwerfen, sie nicht nur mit irgendwelchen Motivationen oder Hintergrundgeschichten ausstatten, sondern eben auch uns Gedanken darüber machen, wie diese Person wohl am Tisch wirken wird und welche Stimme wir ihr geben werden. Ich habe zur Vorbereitung an sich auch schon mal ein Video gemacht. Und dann müssen wir die Stimmen eigentlich auch nur noch üben. Man muss auch gar nicht viel üben. Theoretisch reicht es eigentlich schon, wenn man so ein, zwei Minuten ein bisschen die Stimme mal vor dem Spiegel, unter der Dusche oder bei der Autofahrt mal probiert. Und dann natürlich noch das Wichtigste, habt Spaß dabei. Probiert ruhig aus. Und es macht auch überhaupt nichts, wenn man am Anfang in den ersten Sitzungen sich eine Stimme überlegt, die man hinterher ablegt oder sich eine andere Stimme ausdenkt. Ich möchte nur noch einmal den Bonustipp geben, dass wir zwei Stimmen für uns reservieren. Das eine ist die Spielleitungsstimme, also die Stimme, in der ich jetzt zum Beispiel auch gerade rede. Das heißt, diese Stimme ist abgegrenzt von den ganzen anderen Stimmen und Nichtspielercharakteren und hat dahingehend schon einen Wiedererkennungswert, wenn es zum Beispiel um Regeldiskussionen geht oder wenn man einfach nur irgendwas klären möchte oder wenn die Spielleitung direkt mit der Spielgruppe kommunizieren möchte. Und wenn man dann noch will, kann man eine Art Erzählstimme noch mit hineinbringen. Diese Stimme ist vielleicht ein bisschen weicher oder ein bisschen ruhiger oder vielleicht ein bisschen kehliger. Diese lässt sich zum Beispiel gut dafür einsetzen, wenn man versucht, eine Szene aufzubauen oder Stimmung zu erzeugen am Tisch. Ein kleiner Disclaimer vorher. Es gibt eine ganze Profession um dieses Thema. Ich bin selbst kein Synchronsprecher, kein Stimmenimitator. Ich habe lediglich über acht Jahre Improvisationstheater und richtiges Theater gemacht. Ich kann also auch keine Tipps dazu geben, wie ihr eure Stimme schont. Ich denke aber, eine gute Faustregel könnte sein, dass wenn ihr merkt, dass es euch anstrengt oder dass ihr merkt, dass eure Stimme wehtut, dann ist spätestens der Zeitpunkt aufzuhören oder sich gegebenenfalls eine andere Stimme zu überlegen. Reden wir nun also über die tausend Stimmen. Es gibt verschiedene Arten, seine Stimme zu manipulieren. Ich zeige euch hier ein paar Möglichkeiten, aber es gibt mit Sicherheit noch einige etliche mehr. Und ihr werdet wahrscheinlich merken, alleine diese Arten geben uns eine Menge unterschiedlicher Charaktere. Wir haben natürlich einmal den Klang der Stimme, also hoch oder tief. Man kann zum Beispiel relativ tief aus dem Bauch heraus sprechen. Oder man geht ein bisschen weiter höher in den Brustkorbbereich. Oder man guckt, dass man die Stimme hier oben in den Hals hineinbringt. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, sie hier oben auf der Höhe der Nase anzusiedeln. Und dann haben wir noch hier oben die Möglichkeit, mitten oben in der Stirn. Und wir können noch höher gehen, dass die Stimme quasi von oben aus dem Kopf herauskommt. Das sind jetzt nur einige Etappen beim Klang. Theoretisch kann man auch dazwischen noch variieren und sich andere Orte aussuchen. Aber es hilft dabei, finde ich, wenn man visualisiert, wo sich die Stimme im Körper theoretisch befindet. Als nächstes die Lautstärke. So macht es einen Unterschied, ob wir sehr laut sprechen oder doch sehr leise. Im Prinzip ein Flüstern. Dann haben wir natürlich noch das Tempo. Also langsam oder schnell gesprochen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Dann haben wir den Nachdruck. Also, ob irgendetwas kräftig gesprochen wird. Oder vielleicht doch eher ein bisschen weicher. Ich als Mann habe zum Beispiel immer Schwierigkeiten, eine Frau zu sprechen. Natürlich kann ich hoch sprechen, aber das klingt doch eigentlich eher ein bisschen blöd. Da ist es viel einfacher, wenn ich zum Beispiel die Stimme etwas weicher werden lasse. Da muss ich mich gar nicht so richtig anstrengen mit meiner Stimme, sondern ich kann eventuell in meiner eigenen Stimme reden. Dann haben wir noch Textur, die wir in die Stimme bringen können. Also zum Beispiel, ob irgendetwas sehr kratzig klingt. Oder ob man vielleicht ein bisschen nasal spricht. Also die Stimme ein bisschen weiter noch mal vorne aus dem Kopf heraus nimmt. Oder ob man vielleicht ein bisschen Atem mehr in die Stimme legt. Dann haben wir noch etwas, das würde ich jetzt als Richtung betiteln. Wahrscheinlich gibt es da noch einen viel besseren Begriff für. Das ist nämlich, ob man vielleicht etwas staccatoartig spricht. Oder vielleicht doch eher lieber einen Sing-Sang eher in die Stimme bringt. Und theoretisch haben wir natürlich auch noch die Möglichkeit, zwischen jung und alt zu wechseln. Technisch gesehen hat das viele Überschneidungen mit dem Klang der Stimme. Macht es durchaus einen Unterschied, ob eine gleiche Person 60 Jahre, 80 Jahre oder 20 Jahre alt ist. Und theoretisch haben wir jetzt auch noch die ganzen Akzente und Dialekte, die wir durchgehen können. Akzente und Dialekte sind immer ein eigenes Thema. Manche Leute zieht das aus der Immersion. Manche Leute finden es ganz witzig und passend. Da gibt es kein richtig und kein falsch. Und dann haben wir noch zwei ganz andere Kategorien, die quasi ein bisschen die Joker-Kategorien darstellen. Also so nenne ich sie. Das ist einmal die physische Manipulation des Körpers und zweitens Quirks und Persönlichkeit. Bei der physischen Manipulation können wir zum Beispiel einfach eine Körperhaltung einnehmen, die dann im Prinzip schon fast vorgibt, welche Stimme wir sprechen werden. Wir können mit unserem Hals arbeiten, mit unseren Schultern, mit unserem Mund und natürlich auch unseren Gesicht zügen. Das Einfachste davon ist zum Beispiel, den Kiefer etwas vorzuschieben. Und schon habe ich eine etwas andere Stimme. Man kann den Kiefer auch zur Seite schieben und auch da habe ich schon eine etwas andere Stimme parat. Und wenn ich den Kiefer vorgeschoben habe, kann ich natürlich noch auch das ein bisschen verändern. Ich kann zum Beispiel die Stimme ein bisschen tiefer wirken lassen. Und schon habe ich eine Art Ork, den ich sprechen kann. Loktaoga. Oder wenn man die Schultern hochzieht. Ihr seht jetzt schon, während ich die Schultern hochziehe, wandert die Stimme automatisch hier in den Kehlkopf. Wenn ich dann auch noch mich ein bisschen rüberbeuge, dann habe ich schon im Prinzip direkt einen Charakter parat. Als hätte ich einen Buckel und wäre vielleicht ein bisschen älter schon. Quirks und Persönlichkeiten geben so eine leichte Note nochmal in die Stimme, die wir manipulieren wollen. Einfache Beispiele sind dafür zum Beispiel Geralt aus The Witcher. Das sind also so Eigenarten, die nochmal einen bestimmten Kniff in die Stimme reinbringen. Ist die Person zum Beispiel nervös oder ängstlich? Hat sie Schwierigkeiten, Worte zu finden? Ist sie schüchtern? Also eigentlich ist das nicht, wie das funktioniert. Eigentlich. Ich denke, eigentlich, dass es das ganz anders sein könnte. Eigentlich. Oder indem man ein bestimmtes geschwollenes Vokabular verwendet. Oder zum Beispiel dieses ne am Ende des Satzes. Ne, habt ihr verstanden, ne? Das kann ganz gut sein, ne? Und damit auch natürlich, ne, richtig auf die Nerven gehen, ne? Man kann im gleichen Zuge auch damit arbeiten, ob ein Nichtspielercharakter der Gruppe freundlich oder feindlich gesonnen ist. Hm. Ja, was auch immer du sagst. Ach, ich gehe, diese Diskussion langweilt mich. Ja, was auch immer du sagst. Seht ihr? Technisch gesehen gehören ja auch Sprachfehler zu. Aber vorsichtig. Es gibt ja Leute, die tatsächlich irgendeine Art von Sprachfehler haben. Und wir wollen ja am Tisch eigentlich Spaß haben und uns nicht über andere Menschen lustig machen. Kommen wir mal zu ein paar Beispielen, damit man das Ganze auch ein bisschen in Aktion sieht. Ich habe hier zum Beispiel als erstes einen End für euch. Nun ja, ich denke, dass wir zu einer Einigung kommen können. Jetzt noch einen kleinen Kniff. Ich kann den Mund noch etwas spitzer machen und ich kann ein bisschen Sing-Sang in die Stimme bringen. Nun, ich denke, dass wir zu einer Einigung kommen werden. Ein Goblin könnte zum Beispiel so klingen. Du werd'n lecker Eintopf. Ein verführerischer Drache in Verkleidung. Ah, meine verehrten Gäste sind da. Kommt doch herein und schaut euch um. Könnte auch ein Vampir sein. Peinlicher Aristokrat. Und dann habe ich ihr gesagt, ich bin nicht diese Art von Brite. Und noch einen unsicheren Jungen. Ähm, ähm, ich weiß nicht, wo die Räuber hingerannt sind. Und am Schluss möchte ich euch noch ein paar Standards nahe bringen, die man eigentlich immer drauf haben könnte oder vielleicht auch sollte. Das erste sind Wächter oder Stadtwachen, weil das eigentlich so Personen sind, die man immer wieder braucht. Wer seid ihr und was wollt ihr hier? Niemand darf zum König durch. Diese Stimme können wir natürlich auch in allen möglichen Arten und Weisen verändern. Hey, was wollt ihr hier? Niemand kommt zum König durch. Hey, was wollt ihr hier? Niemand kommt zum König durch. Dann würde ich vielleicht noch eine ältere Person in mein Repertoire aufnehmen. Also, ein bisschen mehr Atem in die Stimme legen und so einen etwas älteren Mann verkörpern. Wenn ich will, kann ich da auch noch ein bisschen kratziger in der Stimme werden. Oder ich kann ein bisschen höher sprechen und damit bin ich dann vielleicht eine Art Hexe oder so. Zeig mir mal, was du da so bei dir hast. Und das letzte wäre eine Art höhere Stimmenkategorie, was man zum Beispiel für Kinder oder Adelige verwenden kann. Ähm, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo sie alle hingerannt sind. Ach, herrje. Habt ihr gesehen, was diese Person anhatte? Also, das geht ja mal gar nicht auf diesen Ball hier. Wenn ihr noch weitere Tipps habt, wie man Stimmen manipulieren kann, dann lasst es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Und wenn ihr wissen wollt, was ich sonst noch alles so vorbereite, außer Stimmen, dann habe ich hier ein weiteres Video für euch, was ihr direkt gucken könnt. lebt. Untertitelung des ZDF, 2020